Automatische Reaktion Auch wenn Sie kein rund um die Uhr besetzte Security Operations Center haben, müssen Bedrohungen selbstverständlich auch nach Geschäftsschluss abgewährt werden. Damit Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Infrastruktur behalten, bietet F-Secure Elements Endpoint Detection and Response automatisierte Reaktionsmaßnahmen, die für Sie eingreifen können. So können Hosts isoliert oder eine E-Mail an einen festgelegten Empfänger versandt werden, der zeitnah reagiert. Die Aktionen lassen sich so einrichten, dass sie nur außerhalb der regulären Geschäftszeiten ausgelöst werden. Bei Bedarf ist auch eine granulare Einstellung möglich. Über die automatisierten Reaktionsmaßnahmen können Sie steuern, welche Aktionen bei einer neuen Entdeckung automatisch ausgeführt werden. Dazu lassen sich Regeln einrichten, die jederzeit angepasst werden können. Wenn Sie eine neue automatische Aktionsregel erstellen, entscheiden Sie, wann die Aktion ausgeführt wird. Sie kann zum Beispiel nur bei schwerwiegenden Erkennungen ausgelöst werden oder aber bei Vorfällen geringerer Priorität. Kritische Hosts werden standardmäßig von automatisierten Aktionen ausgeschlossen, um Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu vermeiden. Bei Bedarf lässt sich dies jedoch außer Kraft setzen. Da alle Aktionen dauerhaft in Kraft sind, müssen sie nur einmal geplant werden.